Das ist der Bahnhof Weimar. Karl August Allee Schopenhauer Strasse と言います ここが駅で ずっとここを まっすぐ歩いて こっちに行くと いろいろ見どころがあるんですけど 間違えて今こっちに行ってます Stadtmuseum Feinmark Das sieht cool aus Wissen Sie, wie Sie heißen? Das Goethe-Schiller-Denkmal ist ein brunzenes Doppelstandbild der deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller. Das 1857 eingeweihte Denkmal steht vor dem Deutschen Nationaltheater auf dem Theaterplatz in Weimar. Es wurde von der restlichen Bildhauer Ernst Ritschel geschaffen. Es gibt in Weimar Goethes und Schillers Wohnhäuser. In einem gelben großen Haus hat Goethe gewohnt. Das war's für heute. 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 Da war's für heute. und ist der Weimann. Ist das Haus. Ich wollte mich aber, aber es war sehr komisch. Es war sehr komisch. 結局入りました IRV du Nord-Evergsener 大人という意味です Johann Sebastian Bach トイレを見つけたので 入ってみます 50 Centを入れて 使ってくださいと書いてあります 日本ではトイレは無料です Das ist eine Kultur kein Problem 残念ながら カメラが壊れています Meineカメラ ist leider kaputt 比較的綺麗です relativ sauber Weimar gefällt mir Weimar気に入りました Es hat geschneit 雪が降っていた ユキンが降っていた 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 ドーチのケーキは日本のよりでかい ご視聴ありがとうございました Auf Wiedersehen, Weimar! Ich war sehr zufrieden mit der Reise in Weimar. Ich musste wieder Weimar besuchen. Damals war es in Bung, wo ich mich aufgehaken habe, nicht so kalt. Es war aber in Weimar sehr kalt. Übrigens gefallen Ihnen diese Musik, die gefällt mir gut. Es ist das erste Mal, dass ich sie benutze. Sie heißt mir Füßbewalzer Nummer 1 und wurde von Franz Liszt komponiert. Ich glaube, dass ich viele grammatische Fehler mache. Es wäre nett, wenn Sie mir eine Geräte geben würden. Vielen Dank für's Zuschauen. Abonnieren Sie bitte!